Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistory Kingdom Video, denn es ist ein neues Update rausgekommen und zwar die Version, die Beta-Version 0.4.0 und diese bringt coole neue Inhalte und Funktionen in das Spiel, welche ich mir mit euch mal gemeinsam jetzt anschauen möchte. Und die erste neue Funktion haben wir direkt im Hauptmenü, denn wenn man hier auf New, Create a Park klickt, hat man dort jetzt einige Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem als erstes die Map. Momentan sind es leider nur zwei Stück, einmal Spanien und United Kingdom. Diese haben auch unterschiedliche Biome. Wir gehen jetzt mal nach Spanien, weil ich glaube United Kingdom hatten wir vorher, das war immer die Standard-Map. Und darunter kann man dann direkt auch den Modus auswählen, denn man kann jetzt entweder im Challenge-Modus oder im Sandkasten-Modus starten. Wir wollen natürlich gleich eher in den Sandkasten-Modus gehen, aber wir schauen einmal kurz hier die Optionen vom Challenge-Modus an. Da kann man nämlich auch die Schwierigkeit einstellen. Er ändert sich dann sowas wie das Startgeld und die Start-Dinosaurier. Das gehe ich jetzt mal nicht alles durch, das könnt ihr ja sehen. Und auch die Science-Points am Anfang, die braucht man ja, um Dinosaurier zum Beispiel zu erforschen. Und, ach die, äh, Stürme gibt es da auch schon. Oh, ich glaube Umweltkatastrophen hätten wir auch noch gar nicht gesehen. Vielleicht schauen wir uns die nachher auch nochmal an, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Und dann kann man hier sogar die Start-Dinosaurier ändern. Das ist ja cool. Finde ich aber interessant, dass man dann immer mit so Random-Dinosauriern startet. Das erinnert mich so ein bisschen an Jurassic Park Operation Genesis. Ich wollte jetzt aber gar nicht zu ausführlich auf den Challenge-Modus eingehen. Das können wir nochmal in einem anderen Video machen, wenn wir den mal gemeinsam spielen, würde ich sagen. Wir schauen uns jetzt mal die Sandkasten-Modus-Settings gemeinsam an. Da gibt es nämlich auch viele Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem hat man erstmal so Überauswahlen. Kreativ, Tycoon und Custom ist halt, dass man die Einstellung selber macht. Kreativ, wie der Name schon sagt, dort ist alles freigeschaltet. Man hat unbegrenzt Geld, unbegrenzt von diesen Science Points. Man hat unbegrenzt Strom, das heißt man braucht keine Stromanlagen oder sowas platzieren. Dann hat man hier keine Animal Welfare, das heißt den Tieren geht es immer gut, egal wie groß das Gehege ist, egal ob es Futter gibt oder nicht. Das interessiert die dann nicht. Und man hat hier auch noch eine extra Option, die jetzt dazugekommen ist, nämlich Animal Dung. Das ist, dass die Tiere dann auch mal ihr Geschäft erledigen im Gehege. Das kann man ein- und ausschalten. Aber sobald ich das hier ausschalte, seht ihr schon, das springt dann auf Custom um, weil ich es dann geändert habe. Weil standardmäßig ist es bei Kreativ mit dabei. Aber kann ich es selber auch ausstellen, das ist ganz cool. Und ich könnte jetzt auch hier das Ganze anstellen. Dann hat man hier die sozialen Bedürfnisse der Tiere und die Gehegebedürfnisse der Tiere. Also da hat man wirklich viele Settings. Und man kann hier auch noch einen Haken setzen bei Unlock All Animals. Also dann hat man, wenn man hier den Haken drin hat, alle Tiere freigeschaltet. Und das kann man natürlich auch ausmachen, dann müsste man die auch erst erforschen. Dann hat man dann auch wieder die Starttiere und dann müsste man ganz normal auf Expedition gehen. Ach übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und jetzt, diese Map war Standard, die hatten wir vorher schon. Die ist neu. Die schauen wir uns dann gleich auch mal an, würde ich sagen. Tycoon können wir auch nochmal ganz kurz reingucken. Was da so eingestellt ist. Aber hier sind einfach alle Sachen an. Und man hat halt nicht unbegrenzt Geld und unbegrenzt Punkte. Doch, unbegrenzt Geld hat man sogar. Aber die Science Points sind auf 1000. Ja, das ist jetzt ja nicht so interessant. Wir gehen auf jeden Fall in den Kreativmodus. Und mal auf die United Kingdom Karte. Und da sind wir auf der neuen, gemäßigten Karte. Sieht echt cool aus. So richtig schön grün. Ein paar kleine Hügelchen. Und blauer Himmel. Gefällt mir. Aber wir gehen jetzt direkt mal auf die neuen Funktionen ein. Nämlich ist es jetzt so, wenn man ein Gehege baut. Muss jetzt auch nicht schön aussehen. Weil sobald man den Sound da einmal drum herum gezogen hat, kann man das Gehege anklicken. Und dann ist das hier auch direkt schon markiert. Und dieses Gehege bekommt dann auch einen Score und hat bestimmte Bedingungen, welche den Score verbessern und verschlechtern. Also da muss man dann so ein bisschen drauf achten. Und auch die Dinosaurier haben jetzt Anforderungen an diese Gehege. Können ja mal einen freilassen, einen von den beiden neuen. Ich sage, wir machen jetzt mal direkt den Brachiosaurus. Können wir uns den auch mal kurz gemeinsam anschauen. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Skins. Und natürlich sehen die auch nochmal vom Geschlecht her anders aus so ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen unterscheiden die sich. Ich sage, machen wir mal diesen hier. Rüten den mal schnell gemeinsam aus. Und dann lassen wir den frei. Da haben wir dann unseren Brachiosaurus. Oh, ist das nicht cool? Megaschön, der Brachio. Der ist auch riesig. Und ihr seht jetzt auch schon, hier sind die ganzen Anforderungen, die er jetzt hat. Also einmal die allgemeine Anforderungen. Dann das Leben. Das Futter. Das Soziale. Die Spielzeuge. Also Sozial- und Spielzeuge sind noch ausgegraut. Das ist noch nicht im Spiel. Und dann einmal hier die Gehegeanforderungen. Die kann man dann auch nochmal öffnen. Jetzt sind dann nochmal alles Einzelpunkte. Gehe ich jetzt mal nicht genau darauf ein. Wir gehen jetzt mal erstmal auf die Gehegeanforderungen ein, würde ich sagen. Also er braucht Unterschlupf. Er braucht Pflanzen. Und er braucht eine bestimmte Gehegegröße, so wie es aussieht. Also man muss sich jetzt hier wirklich um seine Tierchen kümmern. Auch wenn es natürlich im Sandkasten-Modus nicht ganz so wichtig ist. Weil die würden auch ohne klarkommen, weil ich ja die ganzen Einstellungen ausgestellt habe. Übrigens ist es auch so, je besser es den Tieren geht, desto zufriedener sind die Gäste und desto mehr Punkte bekommt man. Also diese Science Points und Donations, also Geld. Das heißt, wenn man sich darum kümmert, dass es seinen Tieren gut geht, dann läuft der Park auch besser, weil man halt mehr Einkommen hat. Ich gucke jetzt mal ein bisschen vor. Ich möchte nämlich, dass er frisst. Weil nach dem Fressen sollten wir auch eine neue Funktion sehen. Oh, da legt er sich hin. Wie schön. Oh, so schläft der. Das ist ja süß. Oh, und er hat sogar... Ja, perfekt. Der hat hier sogar ins Gehege gekotet. Und hat sich dann direkt da drauf gelegt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil genau das wollte ich euch zeigen. Weil die Tierchen... Ja, die kacken jetzt ins Gehege. So kann man es sagen, ne? Auf gut Deutsch. Und darum muss man sich halt auch kümmern, weil dann... Irgendwann das Gehege mega verschmutzt ist. Und das natürlich auch für die Tiere nicht gut ist. Und für die Gehegebewertung auch nicht gut ist. Ja, hier ist es jetzt auch voll, weil ich... Wie gesagt, alle Settings so eingestellt habe. Aber ich müsste halt jetzt das Ganze hier reinigen. Das kann ich einmal manuell machen. Clean Exhibit Dung. Und dann ist es weg. Aber damit man das nicht immer manuell machen muss, kann man auch hier bei Animal Care... So ein Dung Beetle Nest hier im Gehege platzieren. Ist auch mega winzig. So noch so ein kleiner Kuthaufen. Und die reinigen das dann automatisch. War jetzt schon wieder am Schlafen gekackt. Okay, das scheinen die gerne zu machen. Ich habe den Untergrund mal so ein bisschen angepasst. Bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt direkt verschwindet oder wie das Ganze läuft. Ist das jetzt für das gesamte Gehege dieses Dung Beetle Nest oder ist das nur für einen bestimmten Radius? Es soll auf jeden Fall automatisch funktionieren. Ah da, es funktioniert auch. Okay. Aber nach und nach erst. Also es verschwindet nicht direkt. Finde ich aber gut, dass es so nach und nach abgetragen wird. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den zweiten neuen Dinosaurier an, der jetzt reingekommen ist durch das Update. Das ist der Iguanodon. Der sieht auch cool aus. Gibt es auch wieder verschiedene Farben. Und diese unterscheiden sich dann auch wieder leicht mit den Geschlechtern. Da haben wir sie. Sieht auch cool aus. Krasse Kralle hier. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn irgendwann Kämpfen oder so reinkommt. Da kann er bestimmt gut mit zuhauen. Und jetzt sehen wir den auch mal futtern. Ich spüre mal ein bisschen vor. Weil nach dem Essen sollten die dann auch koten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie da der Unterschied ist, weil die Haufen sind bestimmt wesentlich kleiner als beim Brachio. Und ich bin auch gespannt, ob der jetzt auch, wenn er gleich schläft, gotet oder ob er es auch so macht. Das ist übrigens auch eine neue Animation, die reingekommen ist. Ah, da ist es passiert. Das ist nämlich Grasen. Sind wieder einige Animationen neu ins Spiel gekommen, beziehungsweise wieder ins Spiel gekommen. Ich glaube, die waren schon mal teilweise drin. Um genau zu sein, sind das einmal Schlafen, Grasen, Broadcasting. Also das ist dieses Schreien, was die machen. Und Rennen. Das war, glaube ich, teilweise dann mal draußen. Ist jetzt auf jeden Fall wieder im Spiel. Das können wieder alle Dinosaurier. Das mit dem Code finde ich wirklich mega cool. Ich finde es halt auch richtig cool, dass direkt so eine Funktion gekommen ist. Dass das automatisch abgetragen wird, nach und nach. Und jetzt kommen wir schon zu Gebäuden und Szenerie. Da sind nämlich auch wieder viele neue Objekte ins Spiel gekommen. Unter anderem dieser Zaun hier. Den habe ich ja gerade auch schon verwendet gehabt. Der ist auf jeden Fall neu in drei verschiedenen Größen. Wie heißt der? Das kann ich euch gleich mal sagen. Moment. Tropical Bamboo Fence. Okay, das ist ein Bambuszaun. Finde ich optisch richtig cool. Gerade auch so diese Steinoptik unten und dann oben das Bambusholz. Dann haben wir ja neue Teile in verschiedenen, also neuen Größen. Die finden wir dann auch hier bei diesen Modular Wall Pieces. Da gibt es jetzt so ein 1x1 Stück. Das ist das hier vorne. Moment. Also mit Bänken und allem. Da gibt es hier auch verschiedene Bäume mit Bänken und Mülleimern. Und dann hier auch nochmal so ein paar verschiedene Bäume. Die kann man dann gut auf so große Wegflächen und sowas platzieren. Und hier sind dann auch nochmal Gebäude für die Tiere, für das Animal Welfare. Bei Animal Care findet man die und dann bei Housing haben wir einmal das Animal House Backstage. Das ist dann wahrscheinlich so ein Mitarbeitergebäude, das man im Hintergrund platzieren kann. Oh, da können die dann sogar auch rein, hier durch die Tür oder wie. Das ist ja cool. Aber da wird ja kein Tier durchpassen. Also ich denke mal, das ist einfach eher so optisch. Sieht aber nice aus, dass es auch von innen gestaltet ist. Und dann haben wir hier auch nochmal so ein Stable. So ein Stall. Der ist dann auch für größere Tiere geeignet. Ich glaube, der Brachio wird trotzdem nicht reinpassen. Also ihr müsst halt mal überlegen, wenn man für den Brachio so einen Unterstand bauen will, dann muss man wirklich ein riesen Gebäude bauen. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass für so große Saropoden die Gehege auch nicht gerade klein ausfallen. Achso, hier bei den Dingern könnt ihr natürlich dann auch wieder die Farbe und das Material und so anpassen. Das sind halt diese Modular Pieces, wo man alles anpassen kann. Dann haben wir auch wieder ein paar neue Büsche und Bäume bekommen. Einmal hier diesen Busch. Dann diese vier Birken. Ich weiß nicht, was das für Bäume sind. Auf jeden Fall schöne grüne Bäume. Und dann hier nochmal zwei Eichen. Das sind die neuen Pflanzen, die wir bekommen haben. Außerdem haben wir jetzt hier eine neue Funktion, nämlich das Weg ersetzen. Damit können wir dann einfach bereits vorhandene Wege mit einem anderen Material überschreiben. Das funktioniert hier auch alles so wunderbar, wie ihr sehen könnt. Und dann gibt es auch noch einige Änderungen in dem User Interface, also diese ganzen Menüs und so was. Da wurden teilweise neue Icons hinzugefügt. Dann wurden einige neue Sounds hinzugefügt, neue Musik hinzugefügt und auch einige Einstellungsoptionen, gerade in den Grafiksettings und so was. Aber da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Ich verlinke euch den Artikel über das Update auch nochmal unten. Dann könnt ihr euch das genauer durchlesen, wenn euch das interessiert. Was ich aber noch interessant finde, ist, dass es jetzt auch möglich ist, hier die Controls zu ändern. Das ist auch super praktisch. Ich habe zum Beispiel das hier vorhin geändert, Rotate Item Left, weil das auf eine englische Tastatur eingestellt war. Das heißt, normalerweise ist es ja X und Y, es sind zwei Tasten direkt nebeneinander. So habe ich es jetzt eingestellt und hier war es halt X und Z. Kann ich euch nur empfehlen. Also es ist echt praktisch, dass man jetzt die Steuerung auch anpassen kann. Ansonsten wurden auch noch ganz viele andere Dinge geändert und angepasst. Aber die Liste ist wirklich mega lang, wie ihr sehen könnt. Und das sind halt alles teilweise so Kleinigkeiten. Das will ich jetzt nicht jeden Punkt im Video durchgehen. Wenn euch das genauer interessiert, wie gesagt, das Ganze hier ist verlinkt, der Artikel. Lest euch das gerne durch. Hier unten sind auch noch ganz viele Bugfixes, also ganz viele Spielfehler, die behoben wurden. Die Performance wurde verbessert. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall das neue Update zu Prehistory Kingdom. Sieht mega vielversprechend aus. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mit diesem Update mal wieder das ein oder andere Gehege bauen. Gerade auch für den Iguanodon oder den Brachio. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.